Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht und nicht in unsere kaputten Straßen und Brücken? Wir wollen, dass Griechenland den Euro verlässt, damit wir unser Geld sinnvoll einsetzen können. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die ganzen Schulden bezahlen soll, die unsere Politiker am Anhäufen? Unsere Kinder etwa? Wir wollen die Zukunft unserer Kinder sichern, damit sie nicht die Zeche zahlen müssen. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die EU einen so großen Einfluss auf unser tägliches Leben hat? Wir wollen, dass das Volk entscheidet, wie viel die EU über uns entscheidet. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum unsere Renten vorne und hinten nicht mehr reichen? Ja, während wir immer mehr Geld an bankrote Länder überweisen. Wir wollen die verfehlte Euro-Rettung stoppen, damit wir Geld für unsere Rentner haben. Haben Sie sich schon mal gefragt, wer die Zockerei der Banken am Ende bezahlen darf? Wir wollen, dass unser Steuergeld für die Bürger verwendet und nicht für marode Banken verschwendet wird. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum nicht alle Einwanderer hier bei uns in Deutschland etwas leisten müssen? Wir wollen Einwanderung nach Qualifikation, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie wir als Familie die ständig steigenden Stromrechnungen bezahlen sollen? Wir wollen eine gerechtere Energiepolitik, damit auch grüner Strom bezahlbar bleibt. Wir wollen die Euro-Rettungspolitik stoppen. Geben Sie Deutschland eine Alternative. Am 22. September Ihre Zweitstimme für die AfD.